So, let's go, ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich überhaupt war jetzt, der Kunde, also genau, beim Boss, aber ich glaube den kriege ich noch nicht hin. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. Ich hab nur in der Verblanz des Wildschweiss. Das war's. Ich habe einen kurzen Rauch runterdrücken. Ist gut. Jetzt gehst du mit dem ganzen Geräusch und Verdrückung aus Einstellungen. Das hört man nicht immer so gut aus. So, let's go. Oh man, ist nicht wahr. Ich bin an dem Scheiß hängen geblieben. Ich hab nicht das Timing oder sowas von nicht. Ich hab das Gefühl, der ist auch ein bisschen zu schwer. Ich weiß gerade hier, mein Typ. Super, ja. Ja. Mal ganz kurz gucken, ob ich den ein bisschen leichter machen kann. Das ist ein bisschen... Das stört ein bisschen. Ja, hellmäßig. Ich hab einen Schnittstich-Schlag. Okay. Okay. Er hat nur mal die Hälfte, ne? Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen. Wie? Wie reagiert ihr? Oder يع? Es ist nicht viel Unterschied, aber hier ist kaum viel Unterschied. Ich liebe die Musik, weil meine Freundin es nicht. Und es war mir zu erzählen, aber es ist nicht so schlimm. 5. Was ist das jetzt ein bisschen der kleine Kackrand, fühl ich da gut an die Stimme Wie ist das jetzt ein bisschen der Kackrand, wie ist das jetzt ein bisschen der Kackrand Was für eine Reichweite der Sack hat Lass es mal Ich muss den Kackrand gehen Ich muss den Kackrand gehen Das ist ganz gut, da kann man ein wenigstens einmal schicken Ich muss den Kackrand gehen Ich muss den Kackrand gehen Das ist das Stimme Das ist das Stimme Das ist die Stimme Das ist das Stimme Hm Gibt's doch gar nicht Ich muss eigentlich mal bald die Bluttonnen aushauen Ach jo Ich hab gleich kein Leben mehr jetzt Miese Guck mal wie oft ich ihn getroffen habe Und wie wenig ich ihn abgezogen habe Na das ist schon wieder mies Was natürlich gut wäre, wenn es viel leicht Ein bisschen mehr auf Reichweite zu gehen Pike Okay Aber du kannst ihn nicht hier Nein, wir werden es schreiben im Korreire oder was? Im Prinzip hier kann man ihn auch irgendwo Ich verstehe, die brauchen wir eigentlich nicht Ich gucke mal Ob der Grab ist zum Laufen zu legen, schauen wir mal Oder mit dem Feuer, eins und beiden. Ja, komm, ja. Trifft mich das echt eine Chance? Oh jo, das war auch noch nicht gemacht. Mann, denn seine Kombos sind halt so scheiße nervig. Oh jo, ich hab gedacht, da kommt nichts mehr. Der macht da aber keinen Spaß. Ja, das ist ein bisschen schwer, aber ja, das ist normal. Oh, shit. Es ist ein Schiff. Ich bin mir mal wieder mal. Ich habe das 5 Euro gekauft. Ich habe das 5 Euro gekauft. Ich habe das 5 Euro gekauft, aber ich habe das 5 Euro gekauft. Ich habe das 5 Euro gekauft. Oh, je bin das 5 Euro gekauft. . 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 Yo. oh mhm, let's go oh, there are a lot of other maybe they are 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 but the thing is that you feel like you can take you but if you check out if you have noticed that the winner didn't have much the maximum that he had was 50 and the other is that 1000 5000 I'm going to go let's see if he had a couple of Schwächen the other one that only came up and then the other one he knows the time he's not that one he's not he's not I was not he's not he's not that one whoo mhm Ja, 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 ja. Oh, er brennt halt auch nicht vor. Ui ui. Der Video? Eui. Oh Mann, die sind jetzt schlagbar und sind hier herkommen. Der hitte immer wieder, immer wieder geholfen. Boah, ich bin einbeziehen. Ah man, das ist immer ein... boah, das ist so nix. Schade, dass er nicht einfach abfackeln kann, den Typen. Ich bin doch viel entspannter bei mir. Oh ja. Oh, shit. See you again. Man, die noch ein paar Minuten spauen. Ich bin doch, ich bin doch, ich bin doch. Jo, 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 was ist denn da? Ich ging zu spät, die Spur. Besser. Aber ich war echt lange im Game. Nichts abgezogen. Da schlägt eine Flamme auf. Wenn ich nicht so lange drinnen bleibe, sollte ich auf jeden Fall einen zweiten Los haben. Ich werde nicht zu offensiv. Immer mal warten, wenn ich rein kann. Rein. Raus. Ich werde dieser Flamme nicht weggeben. Die Flamme nicht mehr losz. Ich werde nicht mehr losz. Ich werde die Flamme nicht weggeben. Ich werde sie nicht mit einem Weine nehmen. Ich werde sie weg. Iinte. Ich werde sie weg. Ja, ich bin mir erzielt. Ja. Nein. Nein. War das Einzige, was ihn als Luzhan gemacht hat, denn das meiste. Wenn ich ihn in den Blutton kriege. Ist gut. So, was machen wir denn jetzt am besten? Ich glaube, ich hau den mal kurz weg. Nein, da sind wir da. Ich gehe los. Wenn du... Wenn du... Wenn du... Wenn du... Wenn du... Oh! 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 Sowas! Oh! 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 Ja. Ah, den sie jungen. Oha. Oh, du meinst, du. Hexe. Hexe. Wo ist das nochmal gewesen? Hier. Da ist er. Unser alte Homie. So. Waffe verstärken. Wenn dann will ich über das Ding noch verstärken. Ich kann schwerer fliegen. Genau. Das ist gut. Wollen wir nochmal. So. Jetzt ist er schon geil aus. Oh. Er lebt auf Stärke. B. Sehr gut. Ich habe nichts zu sehen. Du hast nichts zu sehen. Soll ich wieder mit der Armbrust und mit dem Ordner werden? Ich glaube es ist ein Fiona. Schild. Ne. Nicht unbedingt. Oh ja. Mach ich wieder an. Examen. Kann ich wieder rausnehmen. Standard. Insolide. Ich kann das ein bisschen ändern oder was? Was macht er jetzt damit? Ja. Okay. So ich kann die Sachen eigentlich testen. Macht ja auch nicht so viel Sinn, ne? Moment. Ich lebe dir an wie viel Grad ich bin. Okay. Ich lebe einen Kalkul. Und jetzt. Okay. Es ist ja noch einer, da komme ich dann zurück. Der erste Unterschied ist da, ob es ein bisschen schneller war jetzt oder nicht. Okay, das ist links von dem Tür. Wir müssen ja noch ein bisschen was anpassen. Wir lassen das Ding mal auf Standard. Ah, man sieht hier 36, 43 ausgeliert und auf Geschicklichkeit. Ah, interessant. Und hier ist der nur auf Standard des DD. Ist ja lieber solide. Das Beste war eigentlich auch fair zu scannen. Ah, ich bin Geschicklichkeitsfan, also lassen wir das einfach mal so. So, dann bleibt das auf DD. Wie dumm ist das denn? Ja, ich bin sicher. Ich bin fertig. Hm. Oh, cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich das nicht umstellen kann, auch wenn es vorherigen angeht. Ich finde den viel geiler, wenn er das Teil so im Kreis schwingt. Der Bild der Kette. Ah, ich kann komplett entfernen und jetzt? Das ist auch DED. Oh shit. Ja, dann doch. Hm. 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 Ja, das ist so. Dann nehmen wir es einfach so. Ja, das geht's nicht. Okay. Okay, wir haben jetzt hier eigentlich eine Runde gedreht, was wir noch nicht gemacht haben sonst hier. Hier lang. Ich werde mal. Ja. Ja, wir haben keine Runde gedreht. Ja. Ja, ja. Wenn da eine... Wenn da eine... Wenn da eine... Wenn da eine... Sehen im Schnitt. Im Schnitt mal. Da wie. Dann fragen wir... Oh, nein. Toll. Du sch stalls. Hier gibt es einfach so. Du schiffst. Dassel Runde ist. Und das ist, dass ich... Dann kommen hier. Ich bin da. Also bin ich von mir. Ich bin da. Ich bin da, dass du hier. Ja. Ich bin da, ich bin da. Wie ist es denn? Wie ist es denn? Wenn du es gut schümmelt, dich war. Ich kann mich nicht-angrumpfde. Ich bin mal ganz auf. Wie bist du? Wie bist du? Ich bin, wie bist du? Das war's. Da oben müssen wir eigentlich auch nochmal hin in den Wald. Da unten können wir noch hin. Jetzt sind wir hier oben, kommen wir da rein? Ne, hier hab ich ja schon geguckt gehabt. Das sieht ja so aus, wenn man in den Turm rein kann. Hm, wir gehen mal zu der Hütte. Schauen wir mal, was da los ist. Okay, beginnt. Hier kein Kraten. Der kann man univät nicht besser und doch immer mehr. No Meide, wir hören in die Zeit zu. Meide, du weißt, warum du dieses? Das ist ja immer sehr gelb. Komm mal nicht rein. Bullshit. Mach dir hier eine Hütte hin, wenn du nicht rein kommst. Sind die dumm? Ja. Und drauf? Naja auch nicht. Oh, hier ist der Baum. Wir sind ja fast da. Im Grunde. Trotzdem noch so weit weg. Guck ich da mit dem Pferdchen hoch. Nicht ohne dieses Wind. Nein. Teil, aber ich komm mal wieder runter. Okay. Ja. Na gut, ich will da ja auch noch nicht hin. Ich will da 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 noch nicht hin. Yo Meister. Was ist das für Zeug? Ist das Gift oder was ist das? Ich will da noch nicht hin. 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 Ist das für Zeug? Ich will da noch nicht hin. Ich will da noch nicht hin. Es ist nicht hin. Und wir haben den heilige Träne, das ist gut. Heilige Träne, auch sehr, sehr gut. So, was sind wir denn jetzt hier? Heuferkirche von Kalub. So, jetzt können wir wieder runter, wir können weiter machen. Augen von Yeluf. Ich kann natürlich hier oben noch sowas erkunden, glaube ich. Ich habe 203. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Entschuldigung. Nee, gar nicht sogar. Hier ist so viel Platz. Hier könnte man echt bestimmt gefühlt fighten, aber es kommt halt keine Sau hin. So ein Bäumchen. Keine Gnade. Ah stimmt, als sie hierher kam, sie hat die auf mich geschnitten. Aha. Vielleicht ist sie jetzt auf jeden Fall irgendjemand, den ich nicht sehen kann. Aber das ist der Regale, das ist der Vautil. Okay, jetzt bin ich am Fein. Ich sage, der Valtilmeter ist der Vautilmeter. Ich parla dir auf mich. Ist von da oben? Nee. Schön. Ah, von dem. Ah, okay, den Kollegen gell mal her schon. Schon mal ein Blatt, gell mal. Joa, ich hab ja eigentlich perfekt den Sprung gesetzt. Noch mal als kaputtes Sack. Da. Okay. So. Großfein. Dann gehen wir hier aber mal. Hm, Die Belagerung von Schloss Mohnen, ein einsamer Liebkind für die Rade. Böse Gottfried ist sein Verdehren. Oh, das ist ein Packbar. Ah, das weißte mit den Quallen, ja. Oh, dann da wird mal eine Klatschen. Oh, okay. Es gibt schon ein paar Tage. Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist wie eine geile röse Schlacht. Okay. Nein, hau Three-Gafps. Ja. Okay. Dunkelschmeinstein. Was haben wir hier mit dem Incarnation? Man, Adam, was? Das war's. Ich hab's nicht gesehen, aber ich hab's nicht gesehen. Ja, aber... Das war's für heute. Ah, eh, eh, sind wir ja eins, ne? Nein. Ah, 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 eh. Oh, shit. Nur weil ich das Ding einsetzen wollte. Top. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ist so eine Ecke. Das ist komisch, das ist so ein weiter weg. Ohne... Keine Gnade irgendwo. Sehr komisch. Ohne... Aber... 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 ...wenn ich dich habe, ich hatte, einen guten Tag. Ich komme hier oben. ja, du bist doch schon glücklich Ja. Dem. Ich weiß, er sagt, dass es das Mächste ist. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Abwechern, Abwechern, mach mal dann am besten gegen den Wertkämpfern. Okay, nice. Sie haben einen Blumenreis. Oh, noch einen Blumenreis, let's go. Genau, er traubt nichts. Voll unmütig. Ach, gib mal. Dann gib mal hier auch noch mal hin. Schau mal, was das hier ist. Jo. Ne, jetzt besser halt nicht so. Oh nein, vergiftet der Shit. Fuck, ich brauche das hier. Ja. Jetzt auch besser mit den Felschen hier lang zu ein. Es gibt anscheinend, dass es ein Pinky fährt oder was? Was? Jo. Wer kriegt? Ja, nicht schlecht. Ja. 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 Ja, der macht ja nur die gleiche Attacke. Das ist so ein Klops. Das ist so ein Klops. Ja, ich hab da ge Nur ist hier irgendwie gar nichts besonderes, dass ich glauben würde hier mir unzueilen. Gehen wir da rein? Erstmal ab zu den hässlichen Hunden, wo sind die denn? Die haben ja gar nicht gesehen vorhin. Die kamen einfach so... Da! Was ist denn da nicht von Anfang an hinten angekommen? Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Sie werden sagen, dass es die Beine zu sehen. Sie werden... ... den Putin und den Präsidenten. Das ist ein Traum. Na komm komm Oh ja Na gut das war perfekt Goldene Rune Komisches Gebiet hier so gar keine Gnade nix Nichts dann So ein großes Gebiet Ja ja hier rum ist nichts Na gut hier drinnen wird auf jeden Fall was sein Ja hier rum Na ja hier drinnen wird auf jeden Fall Ja hier rum 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 Ich bin der Mann, die Skies. Ich bin der Mann, das ist eigentlich nicht okay. Mama 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 Ja, ich hab dir keine Ahnung, bitte. Na, ist egal. Und das Ding mal? Zu aktiv, schlaßen vorne. Das ist ein bisschen schluckst. Jetzt können wir sterben. Ja. Entschuldigung. Oh mein Gott. schon mit stein So, dann sind wir hier drüben, wie groß ist, das ist auch nieder. Okay. 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 Ich muss ja nicht mehr aufhören. Oh mein Mann. Alter, schweres. Ich muss ja nicht mehr aufhören. Was? Le 9? Oh, nee. Ich muss ja nicht mehr aufhören. Ich muss ja nicht mehr aufhören. Ich muss ja nicht mehr aufhören. Aber ich kann ja nicht mehr aufhören. Oh, nee. Nein, ein bisschen was hier. Ich kann ja nicht mehr aufhören. Nein. Das ist eine Schreie. Ich will ja nicht mehr aufhören, dass ich einen kleinen Abbruch meine Reise geliebt habe. Ich habe mir, dass das noch nicht alles geliebt habe. Ich dachte, ich bin halt nicht mehr. Okay, auch wenn er neu ist, dass er viel Spaß gemacht hat, auf der Kackhund. Okay. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh. Oh. Da sind wir mal in Dicke. Wie? Kann ich noch vorher mal nicht? Okay. Oh, fuck. Ich hab ihn ja nicht gesehen. Ich hab ihn ja nicht gesehen. Gut. Wenn ich alle gleichzeitig komme, ist ja schon mal sehr hilfreich. Ich bin sehr frei. Ich bin sehr frei. Ich bin sehr frei. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, je. So, jetzt haben wir hier. Ah, da kommt man doch rein. Sehr schön. Claimers. Mhm. Ah, da kommt man doch rein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das geht nicht an hier. Keiner hat anflogen. Der ist eh mal. Gehen wir mal hier hoch. Ich würde aber eigentlich mich noch da unten umschauen und die wegschießen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So ein Ding ist das. Was haben wir denn hier? Stahl-Draht-Fackel. Ist doch bestimmt geiler. Aber das ist die gleiche Fackel, die ich habe. So. Jaui, mal da mehr Schaden. Immer nehmen. Wir wollen. Wir wollen. Nice. Nehme ich gerne. So. 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 Und dann mach mal. Okay. schießt er im fliegen die teile oder was ja im fliegen geiler typ amour das ist amour da ist er naja schießt er gleich in der Luft ab ich meine so lange er mich nicht trifft kann mir egal was er da rummacht ich meine so lange er mich nicht Ah, nein. Juhu, sorry meiner, ne? So ein Ding ist das halt, ne? Ah, ich will das noch nicht nehmen. Da ist keine Leiter, wenn ich hier hochkomme, ne? Das ist ja auch noch diese andere Duddy. Da hinten fliegen noch ein paar rum. Ah, ich geh jetzt mal hier, oder? Ah, nun hab ich hier noch, hab ich noch genug eigentlich. Aul. Find ich schlecht da eben. Schön versteckter Schwein. Gut sie, das Ding erledigt. Tja, was passiert, wenn ich hier runter springen? Kass. Ich kann hier easy wieder hoch. Ah, hier ist der Dicke. Okay. Ich mach dem Dicken am Ende mit. Ich werd jetzt immer die anderen Kleinen weghauen. Die ganzen Anbäder hier. Aus. Kass. Bremi der Boss. Das. Okay, oh shit. Oh, ich hab den Spendermann weggeholt. Diese Reichweite ist schweinig und lieber heim. Gut. Klee. Klee, klee, klee. Ist da eine Leiter? Nee, nee. Mit den Türen gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Was haben die denn hier angebetet alles? Ich seh die Materialien gar nicht. Irgendwo da, aber okay. Gut, jetzt auf die andere Seite. Klee in das Ding. Und dann geh ich zu den Bosschen. Und komm den hier weg. Und dann geh ich zu den Stauern. Der Typ, ich weiß nicht, wie macht der ja auch nichts. Ah, der hat eine vierte Keule in der Hand. Die hat er nicht umsonst. Die hat er nicht umsonst. Das ist auf jeden Fall ab zur anderen Seite jetzt. Dann haben wir nämlich hier diese ganze Burg abgeschrüstet. Und, ähm, ja. Geil. Ja, aber geil. Das Ding, ich weiß nicht, wenn ich da runter gehe, muss ich dann wieder einen Stand zu dem, also vorne da rauskommen. Was ist denn hier runter? Ich seh da noch nix. Die hacken sich alle kaputt. Sind wir da dabei? Jetzt wird der Kunde hier in der Lift. Oops. Oh, Junge, ich hab nen Bogen, wa? Geil. Mein erster Bogen. Ist ja schon gelungen, hierher zu kommen, wa? Ist ja schon gelungen. Ding. Geil, ey. Oh, Mann. Ah, nee, da war ich jetzt schon da unten. Den Abflug wollen wir nicht machen. Okay. Okay. Ah, ja. Ist ein Ritter in einem Sommer. Schauen wir mal. Ich bin Edgar. Ich bin sorry, dass ich dich entschuldige, aber was du hierher kommst, ich bin froh, dass der Kastel Morn nicht länger dauert. Geh das, wegen der Entschuldigung. Verzweig. Okay. Irinas Brief. Ah. Ah. Irina? Danke. Ich meine, du bist tot. Ah, okay. Ich muss da nochmal zu ihm. Okay. Na gut, ja. Das kann man hier, also mal kennen. Arena. Arena, Arena. So, ich werde aber nicht rasten, weil wir haben Bock, die ganzen Affenlage wieder zu beleben. Sondern, dass wir heute Clear sind. Ich will den eigentlich nur noch weghauen, den ein. Hoffentlich. Oha, das geht da noch krass runter. Boah, scheiße. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich gar nicht mehr hoch, ne? Wenn wir jetzt missen. Was? Ne. Geil, wenn ihr ja nicht mal hingeguckt. Irgendwester, Mann. Einfach da runter. Ich habe mir solche Angst. Eingelegte Schildkühle. Oh, ne. Das wird so viel Charme, Mann. Schauen wir mal, wie gut die Fackel ist. Geil, dann. Keine Wiese Flammenwerfer benutzen. Nein, das ist auch nichts. Ach, was macht der denn hier? Ah, ich noch. Wie läuft er drückt. Na, wie kann ich ihn befreien? Ich habe keine Ahnung. Na, was mich gerade... Ey, das ist ja selber unangefallen. Da bin ich raus. Ah, aber so ist mal einen Abflug gemacht. Okay, ich bin ein Abflug gemacht. Da unten gibt es auch noch einiges. Jujuju. Jujuju. Ja, hallo Meister. Zum Glück habe ich noch so viel Leben. Noch mal drauf, noch zweimal. Gut. Ja, das ist blöd, mit Wunderleben rumzueiern. Das ist echt immer... Ist schon mies, aber geht. Ich weiß nicht, ich denke, dass morgen vielleicht ein Papier kommt, um zu füllen. Werden wir spielen Karten oder Adrien? Ich weiß nicht, wir können das Spiel spielen, aber das kann man nicht nur spielen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Und wer du bist? Vielleicht jemand kommt und... Aber jetzt bist du alleine. Jetzt bist du alleine. Vielleicht ist ein Freund da in der Discord. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Und David, wie ist es? Ja, wir haben mit der Familie, das war ihr Geburtstag. Ja, das ist unser Geburtstag. Ja, das ist unser Geburtstag. In Spanien? Ja, in Cuba. Das ist ein bisschen leises. Ne, das ist ein bisschen leises. Das ist ein bisschen leises für uns. Es ist eine fiesta. Nein, wir haben uns heute gesprochen. Hast du etwas zu tun? Nein. Wie soll ich das tun? Ich weiß nicht. 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 Es ist alles für dich. In Deutsch zu machen. In Deutsch zu lernen. Oder zu lernen. Oder zu lernen. Weil mit einem Buch... Ich gehe nach hier. Woher? Aber da sind wir. Wenn wir nach der Straße sind. Wir sind nach der Straße. Da ist der Cine. Wir sind hier. Wir sind hier. Aber wenn du willst, können wir gehen. Wir sind da. Der Sport. Ich weiß nicht. Und ich habe einen Ballet. Ich habe einen Ballet. Ich glaube nicht. Ich habe einen Ballet. Ich habe einen Ballet. Ich habe einen Ballet. Ich habe einen Ballet. Ich weiß nicht. Ich habe einen Ballet. Aber das sind alles. Das sind die Brüder. Das sind die Brüder. Nein, warum nicht? Hier. Wenn du das so machen. Das ist hier. Ich habe einen Ballet. Ich habe einen Ballet. Ich habe einen Ballet. Ich bin deratti. Ich bin gut. Und ich bin gut. Und ich bin gut. Und wann ich nicht.. Ich bin trainiert. Wir sind leer. Wir sind leer. Wir sind leer. Ich kann es spielen. Ich bin nicht die große Sache. Ich habe das nicht mehr gemacht. Ich habe das nicht mehr gemacht. Ich habe das nicht mehr gemacht. Nein, ich habe das nicht mehr gemacht. Oh scheiße. Ich habe das nicht mehr gemacht. Ich habe das nicht mehr gemacht. Aber Sie können auch eine Film aus. Man kann sich auf einen Film aussehen. Man kann sie auch selbst sehen. Man kann sich nur auf den Film aussehen. Und ich habe ihn in der BIMA. Wie kann ich morgen spielen? Karte? Sorte, Karte und alles. Sorte, Karte? Ja. Ah, ja. Ich finde auch geil. Mhm. 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 Passra. Okay. Mika, der hat einen vierten Tauern. Mhm. Normalmente nicht. Ich bin der Dämmert im Tauern. Mika, dein Tenvideo. Mika, dein Auto? Mika, dein Auto? Hachten. H saben. Feiert wird. Mika, deine volts? Ja. Weil du hier bet треть Grjudicil. Nein, 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 nein. No, pero yo digo que para coger un libro que tú tratas de entender qué significan las oraciones porque así se aprenden rápido los lenguajes. Cuando te sale que... si, sale tener un sentido pues. ¿Estás bien? Sí. Ah. No. A ver. Und du Schwein. Gut. Ok, die Qualen sehnen heftig aus. Warte mal, das ist die gleiche Ich weiß nicht Ich freu sie nicht Ah ja, ist gut, so eine Riesenkraue Nee, ist nicht passiert Okay Okay Ich bin fast straight runter Das springen A dich te gusta leer Okay Saki Saki Nee, ich bin fast Nee, ich bin fast Okay Und Brandpfeile Sehr cool Er ist der Typ auch nicht Aber, ne Ich bin die ganze Zeit hier unten Und So Die Quallen haben jetzt so gekämpft Ja Ja Ich bin Ja Ich bin Ich bin Ich bin fast Ja Ich bin fast Ja Ich bin fast Ich bin fast Ich bin fast Uhhh Mua Das läuft Zunächst Löwenartige Scheuze Hm. Das schneit nicht. Aber das Gute ist, dass ich ihn schon so ein bisschen stunne habe. Oh, gut, bitte. Äh, äh, äh. Oh, fuck. Wir gehen bei knappes Dingern. Oh, sehr spack. Oh. 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 Da ist er, er trefft mich nicht. Ey, ey, ey. So knapp jetzt ey. Ich keine Ahnung hab. Oh man, das ist nur noch ein Hit. Das ist nur noch ein Hit. Bin ich verkacken. Ich verstehe. Nein? Ich verstehe. Ich spreche so, wenn jemand kommt. Das ist immer ein Delay. Dass man hier sitzt und sagt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich möchte noch ein paar Leute hier. Ich möchte noch hier mit den anderen. Ich will. Das ist wichtig. Das man hier hat. Und wenn man dort nichts verdient. Man kann schon k conscientzesivitzen. Man kann auch mit anderen. Anyway. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, aber das muss man sich aufbauen. Das braucht jemanden, die zu kennenlernen, über YouTube oder TikTok oder so. Aber ich mache immer so schnell, dass nicht niemand ist. Ich sollte es nur noch mal machen, oder so. etwas so aber gut me gusta das Spiel so es interessiert mich jetzt ok ich gewinnen will dich ja man careless ist es das Ich kann mich nicht mehr essen! Ich muss mich nicht mehr kaufen! Du hast was? Wir müssen noch mehr Geld kaufen. Wir haben das Geld schon gemacht! Nein, noch nicht mehr! Oh, mire, eh, cuando Babi compro helado en Cuba, con, con Raul y que se yo, que yo y el Inés siempre nos fuimos ahí a meter, a coger helado entonces por la noche y que se yo, y porque las cosas se pusieron así rápido, eh, como se dice, vacío, ella también se puso, así que, ya ni nos dejó a comer helado ni nada, eso sí. Mira, si no es absurdo, alterada conmigo y con David, porque, eh, tú sabes que en la, eh, ahí donde ellos viven, en el agua ellos tienen que velarla y ponerla cuando, eh, en Saratoma, o en, eh, en Tagada, ah, sí, el agua que tiene que velarla y ponerla, el chique y no sé cómo, sí, bueno, un día, yo y David conmigo y nos bañamos temprano, porque cuando ellos llegaron, ya sé, y tú sabes, el baño es fuera de ahí, cuando mi padre no llega, no había agua ni, esa mujer no va a formar, no ser un quinto, o sea, pero que vamos a saber nosotros que no había agua, ah, tú dices por el tanque que está arriba, sí, ah, sí, no, pero una no sabe, ya no es quien va a formar nada de eso, sí, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, Si yo una vez, por la, como se dice, porque ellos tienen ahí la, eh, dos llaves que se pueden abrir y cerrar, para su, para, para llenar arriba los tanques, no, pero de alguna forma, eh, yo me equivoqué haciendo eso, que eso hay que cerrarlo, y tampoco no me lo dijeron muy bien, eh, cuando hay que, que hay que hacerlo a una hora específica. Así mismo le pusieron a mí, coge a una persona que viene de visita, que no sabe nada de eso, tú le vas a poner encargado, que lleno los tanques de agua. Ah, no, es que nadie sabía, ni paparita, porque ellos también estaban ahí, y arriba los tanques se llenaron y se subieron de agua, se llenaron tanto que el agua se cayó arriba, ¿no? Y entonces también caído para abajo, para la cocina, y nadie lo podía parar bien, porque no sabía cómo fue de, exacto, esa cosa. Y yo, eso sí también fue duro, y a limpiar arriba, hay que sí, yo. No sé si que no fue, no fue fácil, entonces, después que entendí, cómo es que, porque Raúl, o sea, él me lo explicó a mí primero, ¿no? Cómo hacerlo, pero hay que va a vivir ahí, ella también debe saber. Eh, ahí no sé. Está un poco, hay que, hay que saber cómo, cómo es. ¿Cómo es? Mmm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für mich auch. Das war's für mich. Du hast deinem Tag da, für mich zu kaufen. Das war's für mich. So, let's go. Oh, scheiße. Gut. Unterfahrt. Oh, Bio-Stein. Gut, das ist verledigt. Jetzt mal durch. Hm. 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 Dort war ich. Da war ich auch. Hier war ich noch nicht weiter. Ja. Hier oben kann ich auch noch mal gucken. Das war's für mich. 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 Okay. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal. Aha. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal machen kann. Oh, ich weiß nicht, wie es ist zy SC-Tourkel ist. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal mache. Vielen Dank. Ich kann ja mit dem Pferd langspringen. Ich kann ja mit dem Pferd langspringen. Ah, steckt eins wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. 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 Oh ja. Nice. Speicherstein. Das ist cool. Kann ich hier einen Slot reinhauen bei mir. Guck mal. Wie herstellen. Das haben wir alles erledigt. Passt. Das kann ich jetzt machen. Ja. Drüben mache ich alles hier. Das Teil da. Das ist jetzt toll. Ne, da will ich auch. Ich kann nur hier rüber noch. Und hier auch noch ein bisschen hingucken. Aber ich wollte zu der einen Dame da haben. Ja. Genau hier. Genau hier. bin ich satt. So. Das kann ich jetzt mal. und dann könnte ich nochmal hier hin. Das ist der Typ da hinten. Und hier. Das ist ja, die ganze hin. Drei, den Händen. 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 Ich glaube da kommt das Gräber rein, über die Pilgerkirche, kann natürlich, ah hier nochmal rein, ja genau, genau in die Richtung, also, 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 das macht er, also, 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 jetzt, also, natürlich, okay, ah, also, 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 auch, also, 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 so, so, jetzt, jetzt, gehen wir runter, an, 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 ihnen, an, 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 auch, Sollte aber ein Bossfight sein, ne? Oh ja, der Runenbär. Oh, okay. So, musste eigentlich jetzt mal links kommen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. 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 Easy. Okay. 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 It's okay. Altruiden, Halbmenschen. Oh ja, das mache ich gleich. Okay. Oh, ja, ich kann nicht wieder auf den Wald springen. Ich habe den Wasser. Okay. Und da brauchen wir jetzt in dem Dippen. Ja. Seine Leute wieder bei. Okay. Stärke, alt Mensch, Königin. Was ist das? Warum muss Knochen? Kannst 3 drehen. Zicke. Zicke. Knochen. Zicke. 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 Mm. Zicke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja, wobei Anne hier war geschehen. Würde ich jetzt noch nicht fahren. Ist ja bei der Kuppel. Okay. 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 und dann geht das nicht aber die die nicht die 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 Ich habe es gemacht, jetzt sind wir hier auch noch. Trotzdem mit dem Pferd da hingehen wo die Sprungwelle ist. Ich habe den Pferd da, aber ich habe den Pferd da. Jungen, schlecht gesehen. Was sind wir denn hier? Da sind doch ein paar Spuren von Moor. Ansonsten. Okay. 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 Morty 20. Yeah. Okay. 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 Nein. Okay. 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 Das war's für heute. Hm? Yo, wie geht das hier? Ich glaube, das ist diese eine Tür, die ich da was finden konnte. Ah ne, Schuppenscheu sein für den Boss. Ohne Heiler. Das Ding hat Anker und die Heiler. Das Ding hat Anker. Cool, dann haben wir auch die Licht. So jetzt. Okay. So, jetzt springe ich mal nach oben hin. Ah, hier bin ich. Okay. 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 Sek. Okay. Hmm. Okay. 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 Ich kann noch nicht den Zinn Ja, Richtung da alles, oder? Ah, nee, 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 da ist noch was. Genau dort. Genau da hinten. Nein. Genau da hinten. 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 Das ist die Ruine. Gräberweil. Genau da hinten. Genau da hinten. Jetzt machen wir wieder rein. Genau da hinten. Genau da hinten. Genau da hinten. Ja. 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 Da ist nichts mehr zu holen. Ich würde sagen, einfach hier die Linie weiter runter. Die Säge kann ich nennen, da. Das Siegel des Wichts ist noch aktiv, ah ok. Das muss wohl in den neuen Siegel mehrmals sein und ein paar Sachen erledigen. Kann sein eh. Okay. 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 Tränke, ne? Ne, sieben. Achso, die sind auch stärker jetzt. Hier unten muss ich auch nochmal hin. Gucken wir mal hier runter. Und dann müssen wir es da runter. Jo, hier lang, cool. Kommen, 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 ne? Okay, diese eine Ecke nochmal später. Da sind wir am Verhütten. Also ich glaube erstmal hier, ne? Schon mal Busse. Drei Schläge. Oh, hier, woher kommt es noch nicht mehr raus? Okay. 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 Okay, let's go. Am I? Okay. 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 Ich bin ja auch. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Jetzt haben wir die hier, nichts. Das ist der PING-Wilder, aber ich hatte immer noch Platz. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Das ist das? Was 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 ist das? Alles Herstellmaterial, ich kann nicht mal eine goldene Saab bei das Leveln in A2-Image. Licht, Siegel, öffnet, einverschlossene Tür, aufschlusset, Blumenflyer, da muss ich auch mal gucken. Da war nämlich eine Tür, die ich noch nicht aufmachen konnte. Die Glocke, die verschiedenen Geister aus Asche herweilen wird. Jetzt habe ich mir das alles noch gar nicht richtig angeguckt. Wut, auch süchtigen Geist, Kahn. Also eine Flamme. Eine Talismane, eine ganz gute Höchlebenskraft. Eine Flasche der Wundersamen, nein, die Kirche von Monika, nein. Warte, Tiere. Okay. Tja, wir können erstmal hier nichts machen. Das passt. Ah, ah, ne, meins, meiner. Wie geht's? Gibt mir erstmal Eis. Jetzt habe ich mich ein paar Mal bei Discord angepümmelt. Hab gedacht, hm. Hat er keine Lust. Hat er keine Lust. Meine Schwester schläft hinter mir schon. Halbwegs. Ja, Leute, was ist die Leute hier? Was ist die Leute hier? Was ist die Leute hier? Wer schießt denn hier mit Feuer? Oh, wie wegkrennt der Sack. Ich trage nicht. Na dann, mein Pferdchen hier kriegt den Sack. Ist ja jetzt wunderbar, muss ich sagen. Läuft alles wie geschmiert. Die Welt ist halt auch riesengroß, wenn du so guckst, wenn ich hier so rausgehe. Ich bin gerade mal hier an dem Teil und das hier ist ja alles noch verdeckt bis hier oben hin. Alles verdeckt, man. Das ist krass, das ist echt eine fette Welt, ich guck mir jetzt gerade noch den Abschnitt an. Und dann habe ich den Teil auch erst mal fertig. Das sind auch ein paar Sachen übel verwinkelt an manchen Ecken. Auch nicht, auch nicht so easy. Und bei dem einen fetten Schloss, was es hier gibt, da habe ich auf jeden Fall eine Tür nicht geöffnet. Ich weiß aber nicht mehr, wo die ist. Mega lange. Das sind halt genau die Spiele, die ich gerne spiele. Ich bin auch schon tausendmal verreckt so, aber trotzdem kann man entspannt fahren. Warum ist der Stream Online? Packst du dich hin schon, oder? Okay, hier war ich noch nicht. Das sind die Räten. Scheiße. Oh, die haben jetzt geholen. Darum schießt der nach auf mich. Das ist der hier. Na ja. Na ja, lohnt. Jetzt mal heilen. Jetzt mache ich erstmal. Jetzt habe ich erstmal. Oh. Oh, das ist der da. Oh. Das ist ein Wettbewerb. So, wo wollte ich den nennen? Nee, zu dem Ding, genau. Tom, der Rückkehr. So, man guckt hier mal die Grafik an und die Weitsicht, ja. Weil man hier gucken kann. Zu heftig. Zu heftig. Nein, nein, der Transporter. Wieder so viel. Komm, ich hätte sie kommen. Schau mal durch rein, da war ich ganz an einem Gebiet. Ja. Oh, jetzt bin ich ganz sicher. Oh, shit. Wow, jetzt bin ich direkt beim Baum. Wie geil ist das denn hier? Sehr schick aus. Ah, und hier sind die Leute, sehr schick. Wobei, wir rasten hier auch mal. Wobei, wir rasten hier auch mal. Oh, meister, er lebt. Was ist das denn schon? Ich weiß nicht. Oh, fuck yeah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Okay. Nee. Oh, ist das Unlucky. Das war nur noch One-Hit. Oh, ist das dämlich wieder, man. Zweck, man. Respeck, man. Lane-Delen. Den Sohlen noch verkehrt. Oh, ist das Dämlich wieder, man. Uh-oh. Ich fülle mich ran von seiner... Oh... Hits sind schon hart, das muss man schon sagen. Was ist denn? Aus der Ecke. Ich geh mal zu der Droh. Lass der da wieder klarkommen. Gesegneter Tagesmann. Oh fuck, da haben wir eigentlich gehört. So scheiße am Rand da muss er sein. Lässt sich jetzt nicht einsetzen. Hm. Nein, die Hand hält mich auf. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 kann ich jetzt auch noch nicht einsetzen, aber was soll's na gut was soll ich machen ich kann hier gar nichts mehr machen schade geiles gebiet geiles gebiet hier kann ich aktivieren ich bin hier erst mal gehe ich zu dem händler ob ich da noch ein ding kriege um das zu kaufen ne ich will nochmal hier ein paar tausend dafür nehmen ein paar gar mehr hier was soll das denn jetzt ist schon gelingen der einkauf jetzt wird es gut sein gut jetzt spazieren wir zu dem Siegel probieren lassen. Das kann nämlich sein. Er meint, das Siegel hier wäre noch aktiv und deswegen kann ich nicht zu dem anderen Siegel. Warum es noch aktiv ist? Ah ne, das Siegel des Bluthundes ist nicht mehr aktiv, das heißt es muss wohl eine andere Siegel geben, was aktiv ist. Aber welches soll das sein? Hier ist nur ein Siegel, das ich auf dem Weg hatte. Das ist kein Siegel. Das heißt hier muss wohl noch ein anderes Siegel sein. Was ich noch nicht entdeckt habe oder so? Ja, klasse. Egal, die Ecke haben wir das Ganze, ich habe alles gemacht. Das Ding ist ein bisschen geholfen, sondern es zeigt irgendwo hinten, keine Ahnung. Ich habe es heute noch nicht zusammengekommen. Ich habe es heute noch nicht zusammengekommen. Ich habe es heute noch nicht zusammengekommen. Behegegnung. Ich habe es heute noch nicht zusammengekommen. Ich habe es jetzt schon mal, wenn wir es heute noch nicht, aber es ist Choice ein bisschen dran. Ich habe es heute noch nicht überprüft. Ich habe es heute noch nicht überprüft. Und dann würde ich einfach zweivreus wieder etwas machen. Wenn sich dove nach der Lage gemacht hat, Hm, wer da oben ist? Ich denke weg. Der hier ist ein bisschen kurios. Der hier ist ein bisschen weg. Glück anbiegen. Keine Ahnung. Oder gibt es da irgendwas? Das ist halt die Frage, ne? Gibt es da unten eine Höhle? Muss man checken. Aha. Kommen wir hier rein? Oh, jetzt. Sehr cool. Guck mal hier. Katakomben des Fehlers. Sehr cool. So steigen. Wollen wir mal so eine Katakombe durch eiern? Oh ja. Der erste Katakombe. Das wird ja die Tür geht auch, wenn man kompletter ist. Jetzt machen wir Wagen im Leben. Okay. Und dann. Wir haben die Tür gedrückt, wie gesagt. Jetzt kommen wir. Jetzt gehen wir in. Oh, hiero. Oh, hiero. Guck mal. Dieser scheiß Boden. Braucht mich da. Die Pfeilspitzen. Und jetzt? Was ist hier denn? Aha. Alter Fuchs ich. Nein, das liegt wohl nicht. Oh. Oh, okay. Hey, du kommst bitte an. Wenn ich wiederbelebt hätte ich durchlesen oder was ist das wenn ich kenne? Ich weiß nicht, dass es einen Zaun noch mal gibt. Irgendwas soll ich wiederbelebt. Ich höre nicht auf. Aber das ist das, was ich schon gesagt. Ich nehme an diese Anstattung. Ich möchte gleiche noch einen anderen Bart. Ich bin mit der Anstattung. Ich weiß nicht, ob ich da die Tore runtergelassen kann. Ah, das ist die Tür. Genau. Ein bisschen verwinkelt hier, denke ich. Und das auch. Okay, machen wir gleich. Okay. 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 Und wieder da. Zum nächsten Mast. Okay. 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 Nein, nein. Unvergiftung. Wann das Erdenbau in Begrepen ist? Okay. Das ist alles gut. Ich bin nicht so geil, tödlich. Und da kommt nicht der andere als die kleine Karte an. Ich bin nicht so geil, tödlich, 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 tödlich. Ich bin nicht so geil, tödlich, tödlich, tödlich. Ich bin nicht so geil, tödlich, 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 tödlich. Ich bin nicht so geil, tödlich. Ich bin nicht so geil, tödlich. Ich bin nicht so geil, tödlich. Ich bin nicht so geil. Ich bin nicht so geil, tödlich. 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 Ich bin nicht so geil. Ich bin nicht so geil. Ich bin nicht so geil, tödlich. 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 Ich bin nicht so geil. Ich bin nicht so geil. Ich bin nicht so geil, tödlich. 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 Tödlich. Ich bin nicht so geil, 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 tödlich. . Vielen Dank. 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 Das war's für heute. 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 Okay, hier ist schon mal nichts. Gut. Hier gibt's aber sonst nichts zu holen. Und dann zurück. Gut. Wieder ein Boss mehr. Ah, echt. So, jetzt haben wir das eigentlich auch erledigt, ich weiß nicht ob diese Typis als Hilfe dann dienen für die Dungeons, wenn man die findet, das kann schon sein, weil jetzt ist er weg, ist nicht mehr auf der Karte, zeigt praktisch nichts mehr an, was eigentlich ganz cool ist, sondern wir können mal hier sein. Nein, einfach mal so. Guys, alles war alles. Venidu, Venidu, shake, shake. Siegel, der Klagen, der meinte irgendein anderes Siegel, das ist auch noch tief, aber das ist nicht das. Meine Herren, hier unten müsste ich eigentlich mal noch gucken. Das ist auch noch genau. Das ist auch noch genau. Das ist auch noch knapp. Ich will den bei uns an. Was willst du denn nicht? Ah, gut, ich habe ihn kassiert. Okay, dann hier ist nichts zu holen. Hm, hinten ist noch der Statue. Ich will jetzt wissen, dass der erste Schritt geht auf das Gestrandeten. Ah, das ist allerdings sehe ich gerade. Keine Ruinen an der Küste. Okay. 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 Ich weiß nicht. Nervt er mich schon wieder hart hin. Einmal zu treffen den Lüdi, springst du wieder 30 mal hier rum. Hier habe ich doch gar nicht alles gemacht gehabt, dachte ich. Da habe ich hier nicht alles gemacht. Hm. Das ist echt noch zu, das Ding. Ach so, weil ich da wieder rüber transportiert werde. Ah. Jetzt verstehe ich. Ich müsste das natürlich durchziehen da, ne. In der Stadt aber ich glaube jetzt, im Moment geht es tatsächlich. So, dann wollen wir jetzt hier mal. Richtig durchziehen das Ding hier. Das Ei kaputt machen, das ist mega langweilig. 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 Das hier mit dem Dings habe ich auch noch nicht richtig gerafft, was sie da machen wollen. und was man da machen soll. Nice. Na, ist ein bisschen das Problem, wenn die Karte hier einfach nicht hat. Okay, neat. Ah, es geht hier ab. Ich habe hier die ganzen Materialien. Nehmen wir noch eins mit. Jetzt ist das ja alles kaputt, oder was? Ne, der tickt aus. Das habe ich noch nicht gesehen. Wir sind vor Ironia. Ironia. Ich habe ihn in der Straße dabei. Ich habe ihn in der Straße dabei. Zähnend. Okay, komm. Erfüge. Ja. Ey, der hat ja noch nie ein bisschen Was ist das denn mit der Vitoridenstab? Ich werde gegen die ganzen Kloppis hier nicht campen oder irgendwas machen Aber hier bei den Ruinen, ich weiß nicht ob es da noch was gibt Ah genau, hier ist der Dungeon Ich habe da jetzt gemucht hier, der Ding Ich weiß nicht, warum kommen die Dungeons da hier hin? Ich glaube, das letzte Video hier aus Ich weiß nicht, warum ich da hin bin, kann ich mir die Mücken nicht angucken Ich weiß nicht, warum ich die Straße reiste Ich weiß nicht, warum ich die Straße reiste Warum oder warum? Invasion durch Militant. Ich weiß nicht, war eine. Die sind eigentlich schon down. Ich Idiot. Der Ritter da noch kommt, ey, 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 ey. Kass. Kass. Was? Nee, ich kann mich nicht teleportieren jetzt. Deswegen... Du willst ja jetzt noch ein, oder? Klasse. Ja, die Ecke ist generell echt dreckig, ja, ne? Was? War enduring gleich 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 dieser. Ja, blödonlos. Das ist auch ausgelen. Das ist auch ausgelenkt. Süß? Naar komm! Das war's. Das war's. Das geht weg wegen der Invasion von dem Hafen. Das geht weg wegen der Invasion von dem Hafen. Noch fünf Stück. Wieso haut er den nicht kaputt anstatt mich? Oh, jo, hallo. Genau. Das Ding geht um die Kurve, ist klar. Nein, nein, nein. Das ist einfach lächerlich. Das ist komplett lächerlich. Mein Sprung trifft wieder nicht. Nee, komm, wenn du da oben drücken kannst, kann ich ja wieder. Ey, überlegen. Also, man kann echt an der Key sein. Ja, das ist so dumm. Jetzt hab ich auch wieder keine Movemesser, dass ich den da richtig schön Schaden eindrücken kann. Ist das krass. Ist das krass. Das weiß ich da noch aus, ne? Und dann kommt dieser andere Falle, die hat noch einen Hüften, ne? Ja, na. Ja, na. Ja. 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 Das war's. Das ist einfach lächerlich, der Typ. Nee. Ist so blödlächerlich. Er kommt einmal mit dem Angriff und er nimmt dich komplett auseinander. Das ist super. Das kann nicht sein, weil einfach auch diese ganze Scheiße hier so beschissen ist. Mit der Blutungsmüll. Du kannst nicht weg und dann kommt dieser andere Depp. Ich balle mich die ganze Zeit noch mit ab, also Michael ist das. Jetzt hier rüber. Um ein entspannter fighten kann. Halt mir Platz. Ein bisschen. Achja, komm. Das ist ein Witz, ne? Da steht schon der andere Komm. Um. Das ist ein Witz. Auch da sind die Plane. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. So viel Schaden. Nein. Das ist echt nicht normal. Wenn der auf den Boden fällt, dann muss ich doch einen Spezialattack machen. Das check ich doch wieder nicht, warum der jedes Mal vorne vorne liegt und da kommt kein Finisher. Das hat doch keinen Sinn. Warum sind die immer zu zweit? So ein Schmarrn. So ein Dämmchen. So ein Dämmchen. So ein Dämmchen. Also, das ist einfach nur dumm gewesen. Ich habe mich da nicht geheilt, da. Das ist witzig. Einfach nur witzig. Schiss-Attacke. Ja, Gott. Nee, 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 das ist einfach Bullshit. Jetzt geht es einfach nicht. Okay, ich springe an. Das ist ein Millimeter vor seinem Fuß. Und zwar, das kann ja auch sein. Das ist so nervig. Kein Bock mehr auf den Deppen. Nein, etwas. Das kann man sein. Das kann sein. Und da kommt auch der andere Dulli. Jetzt komme ich hier noch. Genau. Ach, danke, Alter. Leute. Das ist einfach nur ein Witz. Das ist so ein Witz und ich habe Blutung. Ich komme hier nirgends rum. Besser. Nicht mehr, ey, oh. Blutung kält mich am Ende. Weil dieser andere Depp vollen Spacken da mich... Äh, ach. Das kann nicht sein. Wird nicht sein. Langsam nervt es richtig hart. Das war's. Das war's. Oh, good. I will fully hold that back and accept the fact that I kind of dropped the ball in the first two weeks. But now I'm here to be here consistently, and I'll be here. I definitely should have kind of addressed this a little bit sooner, but I kind of wanted to take that time for myself to just restore and come back stronger, and now I've definitely made a lot sooner than I've ever had before. I love to see all this people, and I love to see all this people. It's really tough. This is the impression of this shit. It's umgeben. You can't fight, man. You can't fight, man. It's fucked so hard up. Yeah, but it's nerve me. It's weird. The Mint, how everything is going to work with that, because it's not like, you know, it's not like that money is going straight into my pocket. There's like 30 people on this entire team. There's so much that went behind the scenes. It's like, this business is going to take a lot from Mint and everything to... Yeah, contact on there, huh? Yeah. Delegation, your team should have stepped up. Definitely should have. I kind of even thought it was about even just talking to them, but... Spending spree in those two weeks, like that. Most definitely won a lot. Every supercar you can imagine. Or in a boat. Man, come on. I'm not dumb. I run business things myself, but... Yeah. Oh, yeah. Appreciate it. Appreciate it a lot. Delegate someone to a place you for Discord. You can't be doing everything. Yeah, we're working. Zwei von, dude. For sure. I think it's awesome. Okay, so that's enough of, uh, of that. Um, I know people are heavily concerned about the... ...their guys. ...and all that we've got to know about... ...we're like, I don't know why... ...müssen diese zwei anderen Types sein. ...we're really a concern of mine, because I know the people that I... ...we're going to hold it long and strong until... ...and, uh, start really actually pushing, but again, like I said, and I've been saying... ...I'm going to hold it here, and it's really... ...we're going to hold it in. Wow, it's just a flat corner here. There's nothing to fight here. I think that's the only thing about longevity, that's what it's going to be all about. How old can it be? Right now, I don't think there's going to be anything that pushes it. Like, I don't know if that is possible. Maybe it's a miracle he'll get a 10x here, but I think slowly and surely as... ...we're progressing and going to the roadmap are posted on social medias and, you know, kind of posted in this... ...in this Discord and everything, it's going to make it work. So, you know, we'll be, we'll be... ...so, you know, don't look at that open sea floor price every single day. Honestly, that is super, super toxic if you can do it. It's like checking the stock for the whole group system today, regardless of how much it is going to be. It's going to do its thing as we re-push it to get a score up and get partners on board that are going to end up pushing this project a little bit. You know, it's going to, it's going to end up looking at it. Look at it on the macro level. No, it's not possible. No, it's not possible. He heals and doesn't get stuck if I hit him or something. It's a joke. He's always stuck, but doesn't get stuck. That's all. That's all. As far as the promo goes... So, I wanted to talk a little bit about... Wait, Sven, I haven't spent for a long time. I just added you back, but... You'll see after this one... That's really the Obrwitz of this shit. It's like so, no. It's no, no... It's no, no, no. It's no... Yeah, and what's the thing? It's not just fucked... It's not shit. ...especially the most passionate ones... ...kommuner... Okay, so I will get into Golden Donut, Air Drop, everything, all that... ...here in a little bit... I did want to talk a little bit about... ...the promotion stuff that we plan on doing... ...and give you guys a little bit of... ...a little bit of a backstory... ...on the promo that we did prior to the Mint... ...and kind of why that worked super super well... ...so... ...this woman with most NFT projects... ...um... ...it nervt aber wirklich der Typ... ...is so lächerlich... ...unglaublicher... ...hitzeszenenzahl... ...is like a... ...and... ...and... ...it's kind of hard... ...to push the project... ...cannt's it... ...cannt's it... ...but... ...oh... ...yo... ...oh shit... ...in Ring... ...so... ...there was a whole Rolodex... ...so... ...nice... ...shit... ...trotzdem sind hier die Dicken... ...no... ...die ich gerne mal sehen würde... ...how stark wir sind... ...so... ...aside from doing that... ...it's kind of getting created... ...and some of the... ...we kind of working with... ...a whole new Genre... ...of influencers... ...and people that have... ...you know... ...some sort of a goal... ...so... ...is so stark der Kunde... ...so... ...as we have... ...like... ...böse... ...is so in die Ecke ballen... ...we're gonna turn those... ...on actionable posts... ...and... ...the thing is that... ...we're... ...with social media... ...we're... ...we're... ...on some project... ...ja... ...genau... ...when the... ...when the... ...the... 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 ...we're... ... becameơn.... ...let us see... ...when we... ...have... ...thry... ...the... ...and... ... automate... ...we're gonna... ...wtick back... ...so... ...so... ...that... ... sır... Ist es heftig, ja? Kann ich... zu kurz ein Bohrmausprobieren? Komplices. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber trotzdem treffe ich ihn nicht. Der hält sie. Wieso? Ja, ich lasse mich auch noch killen. Ich dumm bin. Ja, wieso? Es wird schwer sein, aber es wird nicht etwas, das wir nicht aufgeben werden. Wir werden mehr Augen auf dieses Projekt bekommen, aber es muss einfach nur richtig sein. Okay. Vegan, wir spazieren da jetzt auch noch mal lang. Zuerst mal alles abchecken, was da ist. Aber die sind so krank stark, die zwei Frauenidioten sind nicht. Okay, hier war ich schon. Ja. Ich frage mich, was sie... so... was sie ist. Das ist alles so heftig. Verrückt an, wie lassen wir Blut und Schaden. Jungen. Boutiques auch. Nichts. Oder... Was dumm ist, ich kann halt... sehe nichts von der ganzen Region. Die Map einfach noch nicht. Das macht es nicht einfach. Keine. Keine. Die Map einfach noch. Einen Ernst. So... Um. 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 Das war schon gewesen. Ich halte bei der Hütte an. Okay. Ja, Hanni, meiner Moine. Es geht. Ja, die sind mega, mega gut. Das wird das Spiel des Jahres, Alter, sag ich dir. Was, Horizon? Na, nicht annähernd so gut. Ja, nee. Hast du mal die Bewertung gesehen von dem Spiel? Alles 10 von 10? Die haben sich selbst übertroffen. Ja, ist halt gut, aber nicht so weh. Ist schon krass. Ist aber auch schwer. Ja, ja. Wir brauchen deine Hilfe, um eine bestimmte junge Frau zu heilen. Es ist Millicent. Und du findest sie außerhalb der Selle. Du bist hier in der Kirche an der Klinik. Und du schiffst. Ja. Warum kein Stream? Nein, ich bin auch. Was? Bist du? Ja, ich bin ein Reichen. Oh krass. Was ist vorhin nicht online. Was ist vorhin nicht online? Ja. Nein, ich bin nicht einfach. 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 Eine Nadel. Eine Goldene. Eine goldene Nadel. Eine goldene Nadel. Eine goldene Nadel. Eine goldene Sumpf. Was weiß ich, wo die sein soll. Juhu, krass. Und hier hinten ist ja eigentlich die Map. Eigentlich wusste ich. Die Map haben auch OHA. Meinen Sie ja schon. Ja, ja, ja. Also das ist schon... schon eine Ecke. Ah, genau. Ach du hast morgen noch frei, ja, ok. Ich hoffe, dass ich jetzt die Map, die Karte hier mal aufdecken kann ein bisschen. Es ist so ätzend, wenn du nicht genau weißt, wo du bist die ganze Zeit. Hier in Lucha kommt auch. Meine Truffauter kriegt von mir, weil ich ein geiler Typ bin. Oh man, ey. Da oben seh ich schon übelst das Vieh. Da oben erwartet schon übelst das Vieh. So, da vorne müssen die Map sein. Brauch ich. Alles sehr schön. Nice. So, jetzt haben wir hier Khaled. Hier ist der Sumpf. Hier war ich. Wollen wir hier noch ein bisschen rum gucken. Goldene Nadeln. Nichts zu der Scheißhütte wieder zufüllen. Mhm. Hier war ein Kristalltunnel. Ah ja, genau. Die Map ist wirklich groß. Alter, boah. Ist auch noch mega dabei. Das ist schon krass. Ah, guck mal hier. Ja. Ein Kollege. Ist das Flammenbolzen? Ja. Hm, 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 hm. Oh, find a Camp, ne? Ist hier nicht irgendwo ein... ...Pfade? Oh, nee. Ein echt Camp wäre auf jeden Fall ein Vieh. Oh, jo. Guck dich das fette Vieh an. Ich seh hier keinen... Ich seh hier keinen... Keinen Punkt von der Gnade hier, wo ich chillen kann. Gibt's hier gar nicht, oder? Nein, ist das doch immer in der Nähe von dem. Oh, wie ein Hoch-Eck-Camper, ey. Hm. Jetzt gibt's nicht. Ach, Mann. Das ist doch schon eine harte Nummer. Boah, die letzten Tage übelst lange gezockt, ne? Kommt auch mal dazu. Ich... Super lange gezockt, ey. Bis 5 Uhr morgens immer... 7 Uhr morgens teilweise. Das ist geil. Das ist geil. Ja doch, ey. Muss ja für meine Schwester den ganzen Krams alle gehen. Super ätzend, ah, ey. Da wollen die mir Geld abziehen, wenn sie hier ist. So Bullshit, ja. Da vom Arbeitsamt. Solche Affen. Ja, weil sie wie zwecks Heizkosten der Meinung sind, ja, muss das pro Kopf jetzt machen. Und wollen mir da die Hälfte von... Von den Heizkosten abnehmen. Oder was ist das dumm? Und es kostet mir doch mehr Geld, wenn sie hier ist. An die Namnacke. Weißt du, was ich meine? Das ist absolut... Absurd. Sorry, da alle Drachen kommen und... Let's go. Oh, ich muss... Auch nix machen. Ach, wann? Kanalisier den Drachen. Falsche Gegner. Oha. Nur leider hat kein Arkan mehr. Nichts davon. Ist das der Kurier? Das Beste ist natürlich, dass du hier mit dem Pferd aus durch die Gegend reiten kannst. Gehst du halt immer richtig gut ab. Du musst schnell von A nach B. Ist ja ein schöner Totenkopf. Da hinten. Da hinten. Ah. Da bin ich hergekommen. Da bin ich hergekommen. Könnte man eigentlich mal gucken, was seine Hütte ist. Kann geben. Aber ne. Das machen wir noch nicht. Wieso hast du eigentlich wieder frei schon wieder? Bist du wieder krank oder? Oh shit. Ein Drachen. Let's go. Verfallene Drachen. Guck mal, ob wir den auch so zerstören können wie alle. Sollte klappen. Oh. Dreck. Hm. Falle der. Mom. Aha. Oh. No. Er macht einfach mal einen Bündungsdienst. Kann ich nicht mehr in der Kasse. Ich komme gleich wieder rein in den Channel, ja, das gibt mir immer eine Sekunde. Ich hoffe, ich hoffe, wir finden den richtigen Faktor zu finden, in der Finanzen, so dass dieses Business werden können, in den ersten paar Monate. Und ich hoffe, dass wir uns auf die Marketing-Faktor zu finden. Aber ich hoffe, dass wir uns auf die Marketing-Faktor zu finden. Ich hoffe, dass wir uns auf die Marketing-Faktor zu finden. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich eine Arme lehnen kann. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Problem habe. Ich weiß nicht, ob ich ein Problem habe. Ich weiß nicht, ob ich es hier in diesem Holder's Chat. Ich weiß nicht, ob ich ein paar Tage, zwei oder drei Tage machen werde ich das nächste AMA und wir haben alle live. Das ist schon wieder aggressiv. Krass, Alter, der Drache ist heftig. Das ist, glaube ich, noch mal zu groß für mich hier. Der ist schon krass, Alter. Wobei, naja, das geht schon, aber ich brauche was, was mir bei dem Blutungenschaden hilft. Nein, ich stelle mir 20 Minuten fein. Das wäre auch eine Idee. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Das ist, glaube ich. Ja, ich bin so krass. Ja. Ich bin so krass. Ich bin so krass. Ja. Oh, wir haben ihn auch einmal nicht verhindert. Gluton. Ich brauche, dass es resistent macht, gegen Gluton. Oh mein Gott, Glutons Resistenz. Oh mein Gott. Du, ich, Mann. Haha. Ich habe ihn nicht. Bullshit. Ja, wir haben ihn ja erkennen, wir haben ihn auch krass. Schwierig, ja. Schwierig, den zu machen. Ja, er entpufft mich, ey. Okay, ja. Jetzt hat mich mal die Schläge gerade geworben. Er hat sich mal eine harte Nummer gesehen. Das ist fies. Jetzt für sie. Ja, das ist echt eine harte Nummer. Okay, scheißegal. Ähm, machen wir anders. Mal den Rest erkunden hier. Und zwar, ja. Der ist, ach, der ist ein bisschen zu krass, merke ich mir. Ja. Der ist wirklich krank, der Drache. Alter, schön. Ja, er weiß, was ich war. Ja, wir fallen nicht. Ja, das ist ein bisschen zu. Ja. Erh. 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 Oh Scheiße, was geht denn hier mit dem Appell? Wow, der hat mein Pferdchen fast erkannt. Eieiei, krasser Typ. Der ist so viel robuster als alle anderen von dem Kollegen hier. Oh Scheiße, er braucht mich auch mitgekippt. Oh mein Gott. Der Herr auch muss schwimmen, hier. Boah, die Bosse werden echt richtig geklaut. Oh mein Gott, ich kann ja keine Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann ja keine Fall. Oh mein Gott, ich kann ja keine Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krass. Die Ecke ist ne harte Nummer. Die Ecke ist ne harte Nummer. Ja, aber ist okay. Mach ich Platz. Ja, er schwirrt noch nur herum. Soll er sich mal düffeln gehen, oder? Ja. Ich kann ja nur müssen, lieber. Leute. Mal ja Spaß, die Mann. Oh, nein. Echt und Gamer, ihr habt ja nichts zu tun. Ich kann ja muttern ja nicht zu tun. Ja, das war's für heute. Nein, nein, da war es gut. Nein, nein. Aber das hier vom Erdboden war schon. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Böse, ey. Böse, ey. Der ist so... Der ist so strong, ey, auch. Junge, heftig, ey. Die Welt ist krass, die dir kennen. Oh, ich kann den schaffen. W Auden hat sich im Bett, der sie schwer verliebt hat. Oh, ich weiß ja, es ist nicht so warm. Ich weiß nicht so, wie es denn aus dem Bett ist? Ich wusste gar nicht so, wie es denn aus dem Bett ist? Wkröte ich in Bett. Ich weiß nicht, wie es denn aus dem Bett ist? Oh ho, da da da. Alter! Alter! Ich hoffe, es hat mir gefallen. Wohin, es ist mir gefallen. Ich bin unbefassbar. Ich bin ein paar Freude. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Fröhnen. Ich bin ein paar Fröhnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin schon wieder in einer anderen Region hier. Da wird sich gar nicht überhaupt irgendeine Karte sein. Ich bin schon wieder in einer anderen Region. 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 Ich bin schon wieder in einer Region. Ich bin schon wieder in einer anderen Region. Okay. Jetzt kommt er näher mäßig. Oh, okay. Okay. Jetzt ist es ein bisschen glacker. Ab in die Hölle würde ich nur sagen. Einfach nur nach unten. Nicht denn hier gemacht. Kann ich mich denn so verdrücken? So. Aber die sind so robust jetzt hier mittlerweile. Alter. Okay. Da komme ich wieder raus. Ja. Ja. Jetzt rennen die alle. Was ist das für eine komische Ecke? Okay. Komme ich da nicht rein? Ich kann die auch nicht aufmachen, die Türen. Mein Scheiß. Was ist das denn hier? Und der Seite geht nicht. Miese Ecke. Okay. Oh ja. Das ist eine ganz komische Ecke. Das ist eine ganz komische Ecke. Das sind überall Gegenstände. Aber ich komme ja nicht mal rein. Ich kann ja gar nicht mal. Ist das eine verwinkelte Höhle hier? Bös. Das ist eine ganz komische Ecke. Das ist eine ganz komische Ecke. Oh, fuck. Okay. Ich finde hier eine Ratte gehört. Was ist das sich bewegt? Okay. Jetzt wollen wir fahren. Kann man sich natürlich mal freuen. Alles klar. Ah, jetzt kann ich die Türen öffnen. Oder was? Ah, ja. Verstehe. Ich glaube, so lustig ist es gar nicht gegen die zu kennen. Das stimmt. Das stimmt. Ja ... Das stimmt. Ja. Ja. Ja, Mann. Wer war das hier? Nein, nein, nein. Doch. Sind jetzt alle Töngönerin offen? Heftige Typen. Kennen sie erstmal selbst. Schade, ist nix. Jo, was ist das? Die denken, die machen die überall lieber hin. Ganz wieder schick für die. Aber so ist es halt nicht mehr. So ist es nicht. Das ist den Weg. Jo. Kann ich natürlich machen. Oh ja, da habe ich da hinten nichts gemacht. Boah, ich kann mir schon vorstellen, dass hier der Boss an Lande wieder. Naja, das war so klar. Oh, ist das ein dicker, fetter Typ. Das ist gut. Das ist gut. Ah, das ist natürliche Lande. Das ist gut. Das ist gut. Pfff, und so. Ja, der hetzt. Der hat wehgetan. Ich weiß nicht, als würde ich genau dort wieder rauskommen. Nee. Halt nicht. Hier, wo ich alle befreit hab. Geht euch mal selbst, Leute. Jawohl. Wie hat er das überwegt? Ja, da fragten noch sonst alle. Egal, da kann ich wenigstens hier kurz gucken, ob ich alles finde. Ja, da kann ich wenigstens hier kommen. Ja, da kann ich wenigstens hier kommen. Oke. Guck mal. Ja, okay. Wenn wir sonst noch einmal was zu holen hier. Ein bisschen stört es halt, dass ich da nicht rein kann. Oh, holly molly. Der kann da hinten auch bleiben von mir aus. Juckt mich nicht. Oh, der lebt nicht. Ja, da können wir noch einen nehmen. Bakizashi. Tzashi. Ja, schönste Ecke hier schon wieder. Okay, wir gucken, ob hier noch was drin ist für mich in der Schinze. Wir haben ja auch unnötig hier alles gemacht. Das ist auch nicht so lange anscheinend. Da können wir stehen. Hier machen wir noch mal unser Bestes gegen den Dolly, ne? Aua, ich hab die scheiße da angenommen. Keine Güte. Aua, ich hab die. Aua, ich hab die. Aua, ich hab die. Der ganze Tag ist aber auch vorbei, der ist fast ein krasser Typ. Wenn ich muss halt mit meinem Leben dahin gehen, dann sollte es eigentlich schon klappen. Schauen wir mal weiter, wie es läuft. Ich weiß auch nicht, ob es hier eine Abkürzung gibt oder so. Ich weiß nicht, ob es so cool ist. Ich weiß nicht, ob es so cool ist. Ich muss da hin, mit allen Tränken. Ich nutze meinen Scheiß-Tränk nicht. 2 Minuten. 2 Minuten. 2 Minuten. Wenn wir mal hier schön probieren. Das ist ein bisschen lustig. Es ist ein bisschen schweinend. Das ist dumm sein Weg, oder? Jo, er packt mich zum ersten Mal, mal gucken, was passiert Ey, das sieht so aus, er holt geradeaus dort, als wenn er mich hitten will, und dann kommt er doch noch hinein Ich kriege einen Knall hier Erster Chai, lieber am besten, wieder kommen 20 behinderte Chais gefühlt, das ist immer das gleiche bei mir Erster Chai, mit Abstand der Beste, und danach wieder alle lustigen Arsch Das gibt's gar nicht Wir müssen ja wohl mindestens Hälfte an dem ziehen, ja Eine Wasser Okay Das ist es. Aua. Es ist nicht mal mehr eben die Hälfte an Leben abzuziehen. Das hier wieder abgeht, Scheiß. Dreh es bloß. Scheiß. Hier hat er der ganze Bereich. Das ist einfach so krass. Das ist so robust. Die sind einfach wirklich so robust. Das ist so mies. Heftig. Ach komm Leute ey. Das ist so witzig ey. Der kommt einfach von hinten durch den Hebel und hittet mich noch. Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist ein Leben verloren. Geil. Der hört einfach nicht mehr auf. Wenn ich dran bin an ihm hört er nicht mehr auf. Dann hört er nicht mehr auf sich zu bewegen. Dann hört er noch weg. Geil. 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 Jetzt gib ich. Hier Hälfte. Glaubst du, um die verdammte Hälfte an Leben abzutreten? Das ist so ein Bullshit-Charakter. Ey, das ist so ein Bullshit-Charakter, wirklich, ja. So ein Bullshit-Boss. Dieser Move trifft immer. So. Oh, was weiß ich nicht? Was gibt's hier? Schau mal. Oh, ey. Das wird zu nervig. Schau mal. Wenn wir mal in die Kerke hören. Ist zu krank. Ich spitze hier erstmal wieder zurück an. Wenn jemand nicht aufgedeckt ist. Das hat schon ein bisschen müssen. Das war's. Ich bin schon um irgendwo auf. Ich bin schon wieder zurück. Ich bin schon wieder in europa. Gut, würde ich sagen, da haben wir das Ding noch geholt. Kann man es so machen. Das ist ein sehr ekeliges Gebiet hier. Und dann willst du wieder noch einer herkommen. Komm mal noch einer hin. Das ist dort. Guck mal, was ist denn das hier? Und deine alte Dame hier. Seid gesegnet. Du bist in den Süden, in den Süden. Aber du bist... Du bist... Du bist... Du bist in den Süden. Du bist in den Süden. Du bist in den Süden. Du bist da. Du bist da. Das ist gut. Ich bin in die Felsen. Aber ich bin... Du bist in den Süden. 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 Und ich bin daäääää. Das ist jetzt gut. Geile Perspektive von hier oben. Das Teil wäre da drüben, das könnte man tatsächlich holen. Wenn ich durchziehe, kann ich die Map bestimmt rausdecken. Ich probiere es. Einfach den Weg lang. Den Weg lang, nichts einsammeln. Ich probiere es. Hm, kommt hier noch einer. Was ist das Problem? Ich hoffe es nicht. Ist das ein fetter Hund? Uiuiui, was da noch für fette Viecher sind. Ist das ein bisschen dämlich hier, dass mich das Ding da nimmt? Ja, aber der Vogel... Gehört den Hund da noch? Oh, das Ding hier an ihm. Wird relativ groß sein. Schlecht. Wird relativ groß sein. Was hat es denn, wenn ich mich... Ah, ah, okay. Sieh, da. Vielen Dank. Vielen Dank. Kreol's Drachenhügel. Ich will jetzt hier wirklich nicht viel sehen und so. Der Turm ist schon sehr interessant auf mich. Was ich will, ist das dann. Hier ist noch ein Drachen. Sehr nice. Okay, das ist der Teil aber noch. Oh, auch viel, viel, viel zu lang. Mit den Drachen, wie ich es sehen kann. Okay, gut, das reicht erst mal. Ich bin zwar zufrieden, ich muss sowieso in dem Sumpf hier zum Beispiel, dass ich die goldene Nadel finde. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da hinspaziere und rumgucke. Ah, das ist ein Commander. Oh, nein. Ich kann mir vorstellen, dass man den bestätigen muss für die goldene Nadel. Das ist super mies, deswegen. Das ist super mies, deswegen. Das ist super mies, das ist super mies. Das ist super mies, das ist super mies. Das ist super mies, das ist super mies. Jetzt ist es einfach zu krank, ja? Das ist eh zu krank. Ok, wir sind jetzt in dem Gebiet, es ist nicht lustig. Hier haben wir auch alles gemacht. Hier der Siegel ist nicht, hier kann ich natürlich nur allein reiten, um das andere Gebiet hier frei zu machen. Das heißt, ich würde sagen, super pute. So. Ziehen wir mal her dann, wo hin? Ich steige hier nicht vom Pferd runter. So. Oha, die Rolle habe ich noch gar nicht gesehen. Nein, das kann ich nicht. Oh, da bin ich kaputt. Die Welt macht einen schon geklappt. Das ist überall hin. Oha. Oha. Das ist gut. Ja. Ja. Das war's gut, bro. Let's checken. Lebendlich, ja Christ. Stimmt, ey, die Viecher, die wollte ich eigentlich damals mal kennen, von dem Wagen, das habe ich ja nie gemacht. Und das war ganz ganz am Anfang. Die Brubina eines Wildkommens. Okay, hier müsste eigentlich auch noch ein Weg nach unten sein. Genau. Okay, wo ist die Näheber? Oh, hier oben ist genau auf der Seite. Ja, das ist gut. Ja. Genau. Man, diese Kopfnuss, diese Wagen, ja. Oh. Ja, ich treffe seinen Kopf. Ja. Ja. Er hält einfach mal komplett den Schlag aus. Jetzt hätte ich hier schon viel früher machen können. Oh, cool, jetzt gibt es hier sonst nichts. Zauberin, oder was? Ja. 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 Ja, das ist halt nicht so, okay. Okay. Sehr cool aus. Wird besser zu schaden was. Shit. In der linken Hand. Okay. Das Ding gönne ich mir dann mal. Sehr gut. Ich werde sicher werden. Never lose that inquisitive. Der lieben A das Ding hier. Schön mal vor uns. Das ist sehr sehr cool eigentlich. Aber dafür brauchen wir natürlich auch mehr Weisheit oder was es ist. Okay krass. Ist die markiert jetzt? Ne ist sie nicht. Steht hier. Ich bin ja nicht wegpunkt zum Keller. Steht nicht drin. Ja das ist hier die alte drin ist. Keine Probleme geht zu kennen. Genau. Knapp knapp knapp. So ich werde auf jeden Fall probieren die Dullis da unten weg zu hauen. Die zwei die da unten rumlaufen. Die Ketten sind. Die Dullis da unten weg. Manchmal. Es ist entspannter Ohr wird. Da sind die Typen in Ketten dahinten. Ich mach erstmal die hier alle platt. Okay, come on here. Ah ja, wo ist der jetzt kommen? Okay, jetzt können wir einspannen, weil er so viele kleine Protzen Okay, jetzt können wir einspannen, wenn wir Okay, jetzt Okay Okay So, jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich den Wagen hier stoppe oder nicht? So, Leute, ich erlöse euch Wird ein Hammer, wieviel Dings? Drei Ausnahmen dazu Hier richtig viel Die Lippe Wo sind's? So, ich gebe mal hier das Zeug Was hat er denn da? Großwächst Nicht gemacht hab's, glaub ich, diesen ganzen Weg da unten lang zu einem So, die Möp schauen Okay Okay Gehen jetzt nur noch die Garte Gute Gute Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What's this thing? 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 Vielen Dank. Zeigt einfach gerade gar keine Karte an. Hier gehe ich erstmal auch nicht weiter. Superinteressant. Ein Stein. Mal ganz kurz hier hoch rein. Mal sehen, was es hier so gibt. So eine mega interessante. Komme ich jetzt hier wieder nach ganz oben? Nee, glaube ich nicht. Komme. 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 Schöne. Komme. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das? Es geht noch echt vieles rauszufinden hier. Ich nutze auch noch zum Bossfight später. Keine Ahnung. Okay. 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 Das ist zu krass. Okay. 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 Ja, da haben wir schon einen schwarzen Valkyrie, glaube ich. Sehr böse. Was ist die denn? You are so very warm and good day to you, my dear. Well, I took you for a dip, no matter, lay out your arms then. I took you for a dip. 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 Okay. Oh genau, wenn ich die Statue benutzen kann. Kripus schwarz, Schlüssel ab, aus Team 7. Steinschwert, Schlüssel, ich brauche noch einen, den müsste ich kaufen. Den müsste ich bei einem Händler kaufen. Das geht bei ihm nicht. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich nicht für einen Händler habe. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich für einen Händler habe. Ich bin nicht sicher, ob ich mich nicht so, ob ich diese Talenten habe. Ich glaube, ich muss mich überlegen. Ich werde mich überlegen, Herr Hüge, um mich zu erzählen. Natürlich, er ist ein Intermeer, und hat keine Liebe für uns Tarnis. Ich weiß, er ist hier, dass ich hier in der Runde bin. Ich bin der Tünts. Da klappt es noch nichts. We've spoken long enough. We've spoken long enough. Die haben die Stahlstein thresholds. Ich gebe die Tür auf, wenn ich denen so eine Klangwelle gebe, aber so weit bin ich anscheinend noch nicht. Was geil ist, ich kann da unten den Nebel wegmachen. Und dann sind wir wieder in einem neuen Bereich. Dann gehen wir in einem neuen Bereich. Porque ich habe eine klangwelle Aufmerksamkeit, wo ich mich untertitel habe. Nein, ich versuche die Laufende. Ich bin ein wenig, aber ich habe mein Leben. Trotzdem sind hier noch einige Türen verschlossen. Und jetzt mal gehen wir. So, wir leveln und dann was für. Warte mal hier. Ja. So, das war's nicht wahr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3.